hallo leute und willkommen zu einem neuen video von mir und zwar habe ich heute einen etwas smoky mehr smoky eye look gemacht mit grün und copper also so kupferfarben ich habe hier wer hätte es auch nicht anders denken können revolution patricia bright collaboration genommen rich in life palette und das ist ein schnelles tutorial ich finde dieser eye look ist mega schön sehr smoky vor allem weil die lower lash line in blau ist bringt hat meine dunklen augen so noch mehr raus aber dadurch dass es hier dunkel ist und innen drin so schön warm finde ich ist es eine mega schönes farbkombination für mein contouring und laschen alles habe ich hier die kiko melano smart essentials face palette nummer drei die schaut so aus und ich muss echt sagen der highlighter ist ja wohl der highlighter ist echt nice und ich finde generell kiko highlighter gut ich habe noch einen anderen dark treasure heißt der highlighter oder ja ist ein highlighter aber das ein bisschen dunkel für mich schaut schaut so aus nice also ich muss euch zeigen gefällt mir gut passt halt auch finde ich jetzt gerade mega gut zum look und ja wenn euch gefällt was ihr seht dann schaut einfach weiter wenn ihr wissen wollt wie ich hier diesen eye look gemacht habe dann ne bleibt einfach dran folgt auf instagram mein name ist stort vanessa ich mache jeden tag einen eye look folgt mir es macht wirklich ja sinn nicht unbedingt sinn aber es lohnt sich vorbeizuschauen lasst mir ein abo da das würde mich mega 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 freuen ihr wisst wie es läuft und ja ich hoffe das video gefällt euch und ich hoffe wir sehen uns im nächsten video ciao bis jetzt Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017